Artifactors! Yeah, wir sind wieder back, wir sind wieder da. Diesmal vor der Kamera, in diesem Sommer nicht mehr so oft gesehen, aber jetzt Leute haben eine schöne Neuigkeit mit dabei und zwar sind wir nicht nur online und im Internet zu hören und zu sehen, nein, ihr habt die Chance schon bald uns endlich live zu sehen, auf der Bühne, auf der Stage. Ja und zwar, wir treten auf beim Wolfsrock Festival, das ist in Altenkirchen in Hessen und die Karten kosten 12 Euro, die könnt ihr da auf der Website kaufen von denen und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Wann ist das nun? Das ist ein fünfter neunter, fünfter September jetzt und ja, 12 Euro, das wird Wahnsinn wird das. Kommt vorbei, für die Leute, die das noch ein bisschen, die sich mal kostenlos reinziehen wollen, welchen Crew im Crossover wir machen, die kommen doch am 23.9., also auch September vorbei und zwar nach Düsseldorf in The Tube, da werden wir auch einen Auftritt geben und kommt vorbei, wir würden uns freuen. Rocked up, bis dahin, defactors, defact bleibt! 5.9.10 Uhr 8.9.10 Uhr